Die Alue Vera 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 Gleichzeitig ist sie Deutschlands einziges Vorstandsmitglied im IASC und absolute Expertin, wenn es um Alue Vera-Qualität geht. Für uns bei LR steht Qualität an allererster Stelle. Wir untersuchen Rohstoffe, Primärpackmittel, Fertigwaren und jeden einzelnen Produktionsschritt. Wir haben IR-Spektrometrie, enzymatische Methoden, turbidimetrische Titrationen, antioxidative Kapazität. Wir nutzen aber auch NMR-Spektroskopie und HPLC und natürlich ein Mikrobiologie-Labor. Und das mit wirklich großem Erfolg. Zum Beispiel ist, seitdem ich bei LR bin, noch niemals an pathogener Keimen unseren Aloe Vera-Getränken nachgewiesen worden. Die Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards überwacht für LR, zusätzlich zum IASC, eines der härtesten Qualitätssiegel am Markt, das SGS Institut Fresenius. Wir von SGS Institut Fresenius können mit absolut gutem Gewissen die dauerhafte Qualität der Aloe Vera-Trinkengel-Produkte von LR bescheinigen. Im Rahmen des Instituts Fresenius Qualitätssiegels überprüfen wir die Qualität der Aloe Vera-Produkte vom Anbau und von der Gewinnung der Aloe Vera-Gele über die Produktion bis hin zum fertigen Produkt. Der Anbau der Aloe Vera-Pflanzen findet in Mexiko statt, wo wir alle zwei Jahre diesen Anbau und die Gewinnung des Blatt-Geles begutachten und auch die Qualität dieser Prozesse entsprechend bewerten. Dr. Raimund Lierhammer ist Direktor Produktentwicklung und Qualitätssicherung Kosmetik bei LR. Nicht nur die hohen Qualitätsstandards sind für uns wichtig, sondern wir sind natürlich darüber hinaus bestrebt, alle Forschungsarbeiten und neuesten Erkenntnisse in unsere Produkte zu integrieren. Unser Anspruch ist es, uns ständig weiterzuentwickeln und die Produkte für unsere Kunden zu verbessern. Unsere Forschungsarbeit mündete auf dem Gebiet der Aloe Vera inzwischen in 19 Produkte, die durch Patente geschützt sind. Mit den Aloe Vera-Produkten von LR halten sie daher immer ein absolutes Premiumprodukt in ihren Händen. Die Produkte von LR enthalten höchste Anteile des reinen Blatt-Gels. Für allerhöchste Qualität werden alle Aloe Vera-Produkte von LR in Deutschland produziert. LR ist ständig bestrebt, neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung in seine Produkte einfließen zu lassen. Die Qualität wird LR auch von den unabhängigen Stellen SGS Institut Fresenius, IASC und Dermatest bestätigt. Der beste Beweis für die dauerhafte Qualität der LR-Produkte sind jedoch die zahlreichen begeisterten Verwender. Dr. Katja Letto schwört auf die Drinking-Gele von LR und verwendet diese seit ihrer Einführung. Ich habe gleich einen sehr positiven Effekt festgestellt und nehme es deswegen weiterhin regelmäßig. Als ich gemerkt habe, wie gut es mir tut, habe ich es natürlich mit Überzeugung in meinem Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfohlen. Erleben auch Sie die unendlichen positiven Eigenschaften der Aloe Vera. Untertitelung des ZDF für funk, 2017